hey Leute was geht ich habe mich heute mit einer kleinen Folge von Secrets wieder zurück ja ich zeige euch heute das ähhhhh der Klon Secret habe ich gerade entdeckt auf dem Weg in der Suche meine Güte alle fragen hier wo Harry Potter ist hier soll dann schon ein Harry Potter auf der Map sein ich selbst weiß auch noch nicht, Steuer so also ihr müsst oder ihr Porto euch einfach hin, hätte ich auch machen können ihr geht hier erstmal hoch 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 weiter hoch weiter hoch weiter hoch ihr könnt dann schon abspringen so 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 hier oben ist die Lobby von Bergwerk Labs auch schon zu ups auch schon zu Ende wir können es mal hier so oder auch nicht ja gut bei mir lädt alles aber auch nur Schneckentempo ja Maus ist gut ich hab's ich freue mich auch diese Maus so haben das ist die letzte Scheiß Maus kann ich euch schon nicht empfehlen zu kaufen so wir gehen jetzt mal weiter hinter das Bergwerk der Gleppsschild ist scheißegal wie ihr hier hin kommt Hauptsache ihr kommt hier hin so wir gehen mal ein bisschen weiter hier lang hier lang hier lang hier lang und weiterhin geradeaus wir müssen irgendwie jetzt wieder nach da oben kommen weil wir hier in einem Schneckentempo im Latschen sind und haben uns uns scheinbar wieder verirrt es gibt echt tausende Wege hier oben auf dem Berg das ist übelst kacke da ich die Wolken nicht aus hab also ich hab sie ausgestellt aber irgendwie sind sie ja nicht aus warte ich kann es euch zeigen jetzt hab ich die Dichte halt ziemlich kacke gestellt so hier hoch so weiter das ist übelst der weite Weg und es ist echt übelst anstrengend das kacke secret zu finden vor allem dass hier so viele Hubbels und sonst einen Scheiß gibt so weiter wir sind fast da so einmal in der Hütte des Holzfetters hier vorbei weiter 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 da drüben da drüben ist es schon so wir rennen hier ein bisschen weiter 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 so jetzt sind wir auch da ihr müsst zu diesem komischen Hauf voll Scheiße hier kommen also was es auch immer ist hier geht ihr rein hier geht ihr durch hier drückt ihr den Knopf und dann seid ihr in diesem komischen Haus hier geht auf die Druckplatte das ist der Klon also von Leben sollte das sein der wer Leben nicht gesehen hat von Herr Bergmann halt dieser Klon und ja ja hier kann man sonst auch nicht wirklich viel machen das hier kann man nicht mehr bewegen hier ist ein bisschen Lava aber man kann nicht nach oben und man kann nicht nach unten schwimmen oder man kann nach oben schwimmen und nicht nach unten ja sieht ganz hübsch aus wieder runter wie nach unten geht es aber nicht oder ne ok ja sonst können die hier so ziemlich wie in jedem Season ziemlich wenig machen okay ich werde jetzt mal gucken was die hier mit Harry Potter meinen würde ich mir jetzt einfach mal angucken dann hoffe ich bringt den Stab Harry und dann geht zum Kessel weiter ja Leute ich würde das jetzt auch mal sagen ich mach das jetzt einfach mal euch wünsche ich noch einen schönen Tag ich hoffe euch hat das Secret Video hört mal auf zu brennen ich hoffe euch hat das Secret Video gefallen denn ja lasst mal einen Daumen nach oben da euch noch einen schönen Tag und ciao